hallo hier ist der martin von wandemann keys das die dachsanalyse für donnerstag den 1.12.2022 und ja unser dachs macht hier weiter einen auf niedlich der gefährliche drager der letzten tage ist verflogen der will nur spielen der kleine will nur spielen da lasst euch mal nicht zu sehr ins boxhorn jagen das sieht hier so aus wie jahr so ein trailer startet er muss schon dolle zocken das nämlich anfang dezember und man eigentlich glaubt das nie das probiert jedes jahr so nach oben schießt ende november und dass er dann trotzdem anfang dezember eigentlich nicht so los rennt wie die meisten das erwarten oder wollen und das ist auch immer gefährlich wenn viele nach so einer bewegung denken jetzt rennt er sonst wohin wo der markt einfach massiv über kauft auch ist halt na also da muss man schon aufpassen da kann das durchaus auch passieren dass der wirklich nur einen kleinen stich drüber macht am nächsten tag so vielleicht die 14.600 und direkt erst mal wieder volle möhre zurück schnurbelt schnurzelt oder wie auch immer also da würde ich auf jeden fall aufpassen wir haben auf jeden fall unten zumindest rausgekommen wir hatten das gestern auch schon so gesagt dass man hier ein bisschen aufpassen muss weil er ja unten einfach nicht geliefert hat das neue tief wurde nicht verkauft und wir haben gesagt wenn er das dienstags tief eben nicht überbietet dann kann er sich hier noch ein gutes stück wieder nach oben rein drücken muss aber über die 445 und die 480 auch drüber dann schafft das auch wieder in den gap plus und höher der gap plus ist jetzt schon eingetreten das ist zu und der tag ist eigentlich in direkter angreifsposition mal 600 637 reinzuschlagen aber ich meine eben zur vorsicht da jetzt gleich in die großen glücksgefühle über zu springen es wäre nicht untypisch wenn wir die 630 600 sehen aber aus der zone dann auch wieder komplett zurückgetreten werden also bis gut 445 eher tiefer 400 365 390 das kann durchaus am donnerstag so sein ja dass wir 600 600 630 im hoch haben und unten 390 von daher würde ich an also wenn ich traden würde würde ich ich darf ja nicht sagen was ihr macht nicht davon nur sagen was ich machen würde sonst wäre es ja eine andere beratung die darf ich nicht machen von daher wenn ich traden würde würde ich aber mich nicht short rein stellen wenn da keine rote stundenkerze kommt kommt aber eine rote stundenkerze aus dem bereich da oben raus könnte man das zum beispiel einfach mal antreten mit dem surplus über der kerze und mal probieren rückwärtsrutsche mitzunehmen ich würde mich aber nicht reinstellen so lange wir stärken sind solange man lange grüne kerzen sucht hat ein short nix zu suchen sondern eine bewegung im zweifel läuft die nämlich sonst weiter als man das glaubt und das ist das grundverhalten des marktes dass er immer weiter läuft als man das glaubt egal bei was er macht egal ob es ein range ist egal ob es ein aufwärtstrend ist egal ob ein abwärtstrend ist das eigentlich so die grunddevise er macht immer mehr als die meisten erwarten und dann von daher ist gegen den markt stellen eigentlich immer eine ganz 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 schlechte entscheidung und von daher würde ich das auch hier nicht tun für den fall da fände ich irre mich zum beispiel und er rennt halt einfach oben drüber ignoriert die 600 ignoriert 630 läuft direkt die 14.800 an kann er machen ist ja der weg ist frei also er kann das definitiv machen deswegen sollte man so lange da eben auch keine umkehrsignale kommt wenn man denn irgendwas machen muss er auf der anderen seite sich wahrscheinlich sogar probieren hier ja aber ich meine eben zur vorsicht nach neues hoch wieder abverkaufen das wäre hier aus der situation auch aus dem aus dem umfeld heraus jetzt nicht untypisch ich meine steht jetzt immer noch in der range alle leute sind total beeindruckt von der bewegung die das und das ist immer da bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig halten er ist nur in der range der letzten tage und saisonal betrachtet startet ja jetzt eigentlich nie die hause ich hab's nie anfang dezember die bewegt sich immer davor oder danach also nach dem monatsanfang dann geht erst mal ein paar tage ins land und von daher wird es mich nicht wundern wenn wir jetzt hier eine rote tage ist katze noch dahinter stellen deswegen passen müssen auf den kleinen scheiße auf ja kann sein dass der der guckt schon so schämig ja kann sein dass der nur veralbert die leute hier schon ein bisschen aus der reserve lockt und noch mal zurück rudert ja von daher wissen obacht wenn rote stundenkerzen kommen kommen keine und ich meine mit stundenkerzen nicht zwei h2 schaut sondern wirklich h1 schaut wenn keine roten stundenkerzen kommen und der hier schön durch schnupselt oder nur flach zur seite macht wenn er runter kommt dann kann er oben der kann auch keine ahnung kann gleich bis 14 9 64 laufen also platz ist genug ja wenn er treibt dann treibt er wenn er rennt er rennt er wenn er übertreibt dann übertreibt und short squeeze und so weiter beschleunigt er in der regel dann auch nach oben das ist alles möglich aber typisch und üblich wäre hier jetzt irgendwie eine kleine drehung rein wuchten und hat wieder hier komplett nach unten dass die leute wieder alle mit dem kopf schütteln und sich sagen und sich fragen warum sie denn überhaupt sich hier die mühe geben und sich mit dem die zeit vertun aber das wäre einfach typisches typische reaktion typisches bewegungsverhalten auch für unseren dachs ja ich mache damit hier aus wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss wir pueden durch alles IoT zu 2 4 potential Mit denn animated 3 או mit